Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Uli Hoeneß hat ja als Manager und Präsident beim FC Bayern München ein Imperium aufgebaut, das den Erfolg des Rekordmeisters wohl auch für die nächsten Jahre zu garantieren scheint. Und nun hat der 69-Jährige nochmal verraten, was die Münchner vielleicht nochmal ganz anders machen als die Konkurrenz und warum etwa der FC Schalke 04 derart in Straucheln geraten ist. Denn, hallo, das sind wir und wir sind innerhalb von drei Jahren von einem Champions-League-Club zu einem zweitigsten geworden. Das muss ja irgendwo dran liegen. Uli Hoeneß hat hier erstmal betont, dass einfach das Bayern-Gen der FC Bayern und seine Verantwortlichen auch in sich tragen. Das waren ehemalige große Persönlichkeiten, so der 69-Jährige, Röver Kalemanns Rummenigge, Franz Beckenbauer und Co. Und wenn man jetzt mal auf die Bayern guckt, Hoeneß, Rummenigge sind weg, wer übernimmt den Kasten da? Oliver Kahn, Hasan Saliamicic, das sind ehemalige Spieler. Und im Gegensatz dazu habe es bei Schalke zu viele verschiedene Leute gegeben und zu viele verschiedene Leute haben es auch versucht, so Uli Hoeneß. Zwar sei ein Clemens Tönnies als Offizierschef ebenfalls über viele Jahre im Amt gewesen, aber vom Fußball hat er jetzt nicht so viel Ahnung, führte Hoeneß aus. Tönnies war ja jahrelang bei uns Chef und nach Kritik am Ungarn mit den Corona-Verordnungen in seinem Fleischhack in Reda-Winbrück, tat er schließlich zurück. Rund ein Jahr später folgte der mit dem Abstieg in die zweite Bundesliga dann auch der sportliche Tiefpunkt für uns alle. Fußball-Fachwissen sei eben ganz entscheidend, so Hoeneß. Das hat sich herausgestellt und das keine Kritik an ihm, dass viele Unternehmer begreifen müssen, dass Fußball etwas anderes ist. So schätzt Hedda Martin Kind, lange Zeit Vorsitzende von UNOF 96, als einen der besten Donutsch-Unternehmer. Dennoch schafft es Kind einfach nicht, aus Hannover etwas Gescheites zu machen. Hoeneß begründete, weil man, so glaube ich, auf einem bestimmten Niveau Fußball gespielt haben muss, um wirklich durchzublicken und vor allem bei den Spielern ernst genommen wird. So würden sich Spieler auch von Hedda BSC, von den Westholas Winters, eher keine Kritik gefallen lassen. Mutmaßte er. Und ich finde, man kann von Uli Hoeneß halten, was man will. Er hat aus Bayern einen Megaclub gemacht und daran ist er mit hauptsächlich beteiligt gewesen. Und ich gehe da durchaus mit ihm. Ich glaube schon, dass Fußball-Fachwissen auf einem bestimmten Niveau über allem anderen steht. Natürlich brauchst du auch zum Beispiel wie Oliver Kahn wirtschaftliche Qualitäten. Die hat er sich auch angeeignet nach der Karriere, wenn man jetzt ihn mal mit reinnimmt. Aber Beispiel Martin Kind, Beispiel Lars Winters, da gehe ich schon durchaus mit. Natürlich ist es auch schwierig, dass Uli Hoeneß das sagt, denn man hat einen Trainer geholt mit Julian Nagelsmann, der nie Profifußballer war. Aber vielleicht ist es beim Trainersein auch nochmal etwas anders. Aber in einer gewissen Art und Weise finde ich schon, dass Hoeneß da recht hat und wir Schalker können da durchaus auch ein Lied von singen. Eure Meinungen zu den Aussagen gerne mal unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!